Hey. Na, danke dir. Dann? Zu zweit. Ja, gleichzeitig schon müssen wir's machen. Yes! Gleichzeitig geschafft. Auch diese Passagen. Da hab ich noch gute Erinnerungen, dass mich immer irgendwas gejagt hat. Von oben irgendwelche Hände, die nach mir gegriffen haben. Deswegen hab ich so groß Angst, dass genau jetzt das passiert. Na komm schon. Ich lass mich raus, oder? Ah, okay. Es passiert nix. Okay, hier ist nix. Ich komm runter. Und noch eins. Okay, easy. Dann ist hier doch nix Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, vor was ich eigentlich mehr Angst hätte, wenn sie hier so ein... Der Jäger war ja das im ersten Kapitel, wenn sie hier... ein Schüler oder ein Lehrer. Oder Direktor. Mal sowas einbauen. Okay... Poht? 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 uu wander... bandwidth ok schnell weiter nicht dass die türen miteinander verbunden sind kann ich irgendwas machen nicht beim notfall verstecken super aber noch schlimmer konnte der schatten nicht aussehen ich weiß nicht ob ich unbedingt dahin will ok sie wird auch nichts machen also halte ich mich da raus ist das physik unterricht hier gewesen aber kann zumindest nicht interagieren damit ok wieder ein paar kuh warum habe ich das nicht kommen sehen wieso nicht die im wald die waren offensichtlich aber hier jetzt habe ich das nicht kommen sehen oben oder unten ich will oben lieber jetzt passiert nichts ist keine falle noch ein kind kommen wir machen so eine große armee irgendwann auf dann können wir uns gegen alle werden nee nee ich wollte nicht den müll auf sammeln aber hier ist nichts kommen stellen wir uns vor also wir sind neu hier auch hier ist mal nichts ja oh Gott oh Gott ok oh kann ich die schleuder nehmen schade ok komm her und vor allem wer baut diese fallen die kids jetzt weiß ich auch nicht da wohin ok hier ist das ja was ist das ja eigentlich ok wir sind schon mal nicht die beliebtesten das habe ich schon geschickt wie auch immer wir uns so schon unterliebt machen konnten ich meine es hat ja wohl kaum was mit meiner mütze zu tun oder ich kann die ja mal wechseln vielleicht werde ich so beliebter gut aber sonst sehe ich nichts womit wir interagieren können aber ich sehe dafür die fallen welche platten ich denke die links und rechts von mir jeweils hallo ja du kannst auch zuerst vorgehen ich wusste nicht von wo die falle kommt diesmal habe ich den auslöser gesehen aber nicht von wo ok ich glaube die kids stressen mich damit habe ich eigentlich recht wenn ich hier nein ok aber ist das tatsächlich nichts gewesen oh du hier siehst doch nicht dein ernst ok das sind die wollen mich stressen schade ok ich wollte schauen ob man das schnell hoch gehen na dann dann machen wir das so zack ups zack und ja ok der affe muss da unterleiten kein secret schade hätte sich angeboten wie jetzt ach so ich höre hier so vieles ja das ist schon die nächste falle da ist die druckplatte dafür ok ok ich habe ein spielzeuggännschen stress nur stress in der schule und vor allem viele flaschen ich will gar nicht wissen was da drin war ich habe mich erst um ok hier ist nichts auffälliges der kameraschwenker beunruhigt mich gerade an der tür soll ich da rein saubern nein ok ok irgendwie habe ich das beunruhigt dann kann ich es vielleicht öffnen auch nicht ok doch nicht wo kommt diese gräuche her kann ich nicht wirken ok das sind keine normalen kinder na komm schaffst du es sehr gut ok mich haben sie ignoriert dadurch ist die frage ist in welcher richtung soll ich gehen ok da kann ich dir nicht folgen und das war es gar nicht sonst gab es nix da müssen wir finden unter anderem auch wegen solchen passagen auch wenn der auch wenn die ki eine zwei spieler modus auch andeutet ist es tatsächlich nicht der fall es ist und bleibt ein einzelspieler also die meint ist nicht gut mit mir deswegen gehe ich mal auf nummer sicher ein paar hatten ja schon kaputten schädel ist das eigentlich porzellan irgendetwas das ist übrigens auch dann einer der neuen neuerungen im ersten teil konnten wir uns nicht wehren ok war gar nicht geplant aber hat es funktioniert ich wollte eigentlich die falle auslösen aber ok wir können uns wehren aber es auch nur weil es eben nicht nur diese fetten gegner gibt sondern auch ebenso kleinere auf dem schiff im ersten teil gab es ja auch so irgendwelche schleim firma oder so was ist gegen die konnte man sich nicht wehren ich bleibe bei meinem hammer aber hier gibt es sonst nichts gut den hammer kann ich nicht mitnehmen geht es weiter ich wollte nur ein paar freunde sammeln ok da sehe ich schon brauche ich ein schlüssel sehr schöne zeichnung sowas denkt man sich doch gerne in den spinnt schlüssel habe ich nicht hier kann ich noch was öffnen klopapier vor allem wenn im klopapier mit ich habe schon länger keine sammelgegenstände mehr gefunden aber tatsächlich finde ich nichts kann aber auch sein dass meine konzentration etwas dahinter ist ok gegen die hätte meinen hammer auch nichts gebracht aber scheinen wie ganz normal schüler zu sein hier los ich bleibe mal hier hinter nein Nein, 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 nein. Verwäg dich, verwäg dich, verwäg dich, verwäg dich. Verdammt. Okay, nee, ich warte erst, warte erst, warte erst. Ja, genau deswegen. Okay, die sind auch im Bunde. Ich dachte, vielleicht arbeiten die auch gegeneinander, aber nein. heißt ich könnte ich ja auch ganz normal sitzen und lernen aber nein aber nein wie springe ich denn da weg hey achievement könig der rübel ja stimmt wenn man alle drei erwischt dabei darf man auch selbst sterben aber trotzdem weiß ich nicht wie es weitergeht da ist ein schlüssel den brauche ich natürlich links ganz klar oder darf man einfach nicht erwischt werden wenn ja weiß ich halt nicht wie ich mich verstecken soll oder wo ich mich verstecken darf ok ok hier sieht sie mich nicht wusste ich nicht kurz dann ist alles cool dann ist alles cool ok jetzt ist die frage wie komme ich an den blöden schlüssel ohne selbst zu verrecken so nicht ok zumindest starte ich hier checkpoints fair ok hat funktioniert hat keiner gehört hat keiner gehört ja ich sehe aber so nix alter nein nein ich kann mich aber hier drin vielleicht verstecken ja ich wollte halt direkt raus in einen anderen raum aber so geht es natürlich auch ist ja gar nicht abwartig okay ich kann es nicht selbst ganz ruhig jetzt ganz ruhig ich habe keine argomönen ok hoffentlich bleibt sie da bleibt lieber vorne rum ok das kind schaut nur noch auf sein ding nein 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 ich will nichts von dir lernen das ist doch kranke scheiße hier wie können die horror und schule in einem kombinieren ok bis hierhin macht mono sowieso automatisch ok das mittlere kind wird nicht von der der einen bestraft deswegen ich will nicht unbedingt nach vorne gehen ich weiß ja nicht ob die kids was checken deswegen halte ich mich eher von denen fern ich könnte vielleicht auch ein papierkürgelchen werfen und sie ablenken treib ich mal komplett auf die kinder dreht sich so schnell um deswegen bleibe ich erst mal hier alt komm jetzt verschwinde Oh, scheiße. Scheiße, ich nicht. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Okay, jetzt kann ich gehen. Okay, ich habe es nicht geschafft. Okay, die kommt nicht hierher. Geschafft. Okay, Schlüssel habe ich jetzt weg hier. Die Schlüsse sind aber so laut. Oh, ein Fahrstuhl. Cool. Hauptsache weg von diesem Unterricht. Schuhe. So viele Schuhe. Das hört einfach nicht auf mit den Schuhen. Okay, also ich bin ein Stockwerk über. Das ist ja schon mal richtig. Auf diese Ebene wollte ich, ja. Kann ich die Gabel nehmen? Ist das wohl kein Hammer? Nee, darf ich nicht. Okay, ja. Vielleicht könnte man sich dadurch erwehren. Guck mal, auch ein Gnomenhut. Dem geht es aber auch nicht gut. Ganz ruhig. Okay, da ist ja mal ein Schlagstock. Den will ich haben. Ah, die hören das rufen, ne? Das hören die aber. Nein! Ich dachte... Ich wollte ihn doch nur ablenken. Kann man das nicht? Ich probiere es nochmal. Jetzt mache ich es direkt laut. Nein, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Okay. Komm noch mal her. Hier geht es nicht gut, mein Freund. Okay, er kommt nur bis dahin ungefähr. Nein, er hat nicht aufgehört. Er hat nicht aufgehört. Komm schon, ich kriege nicht das Timing. Schau. Gib her. Gib her. Gib her. Verdammt. Okay, aber vor dem habe ich ein bisschen weniger Angst. Vor dem kann man auswachsen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, schon. thermos unartig gewesen sein und trophäe barmherzige tat ja so einer verdient nicht unbedingt den tod ja du kannst loslassen danke halte dieses geräusch schnell weg hier und auch hier wieder einige ist dieser gnome hüte was ist denn das schon wieder da oben gibt es nichts da 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 Untertitelung des ZDF, 2020